Herzlich willkommen beim Histotrainer zu den lymphatischen Organen. In dieser Folge zeigen wir dir zunächst die wichtigsten lichtmikroskopisch erkennbaren Strukturen der sekundären lymphatischen Organe. Dazu zählen Lymphknoten, Milz und das mucoseassoziierte lymphatische Gewebe. Wir zeigen dir außerdem den Thymus als primäres lymphatisches Organ der T-Zellentwicklung in seiner kindlichen und in seiner adulten Form. Abschließend gibt es noch eine Zusammenfassung, damit dir die Organdiagnose beim selbstständigen Mikroskopieren leichter fällt. Okay, wir beginnen mit dem HE-Präparat eines Lymphknotens. Er eignet sich nämlich besonders gut dafür, dir exemplarisch die Strukturen zu zeigen, die man prinzipiell in allen sekundären lymphatischen Organen findet. Wenn man sich das Gewebe anschaut, so fallen einem gleich zwei Bereiche auf. Zum einen zeigen sich relativ dunkle Areale aus gleichförmigen kleinen Zellen mit chromatindichten Kernen. Diese Areale stellen die T-Zone der sekundären lymphatischen Organe dar. Und zum anderen gibt es Bereiche mit relativ ähnlich aussehenden Zellen, die aber in solchen runden bis ovalen Gebilden angeordnet sind. Diese Gebilde nennt man Lymphfolikel und sie bilden die B-Zone der sekundären lymphatischen Organe. Durch immunhistochemische Untersuchungen weiß man, die T-Zone enthält hauptsächlich T-Zellen und die B-Zone B-Zellen. Daher auch die Namen B- bzw. T-Zone. Wie kommen diese beiden Zonen denn aber zustande? Sie entstehen durch das retikuläre Bindegewebe, welches das Grundgerüst aller sekundären lymphatischen Organe bildet. Es besteht aus fibroblastischen Reticulumzellen, die retikuläre Fasern bilden. In diesem Netzwerk sind die Lymphozyten sozusagen aufgehangen. Durch Sekretion verschiedener Chemokine leiten sie die B- und T-Zellen in die richtige Region, sodass sich B- und T-Zonen ausbilden. Okay, schauen wir uns nun mal die Lymphfolikel der B-Zone genauer an. Es gibt zwei Arten von Lymphfolikeln. Primäre Lymphfolikel, hier beispielhaft aus der Milz gezeigt, sind einheitlich dunkel gefärbt und eher klein. Sekundäre Lymphfolikel, wie hier im Lymphknoten zu sehen, haben ein helleres Zentrum, das Keimzentrum und einen dunkleren Rand, den Lymphozytenmantel. Nach Aktivierung durch ein T-Helferzell abhängiges Antigen wird aus einem Primär ein Sekundärfolikel, in dessen Keimzentrum Teile der B-Zellantwort stattfinden. Dann kann man dort manchmal sogenannte helle Regionen von dunklen Regionen abgrenzen. In letzterer finden die Zellteilungen der antigenstimulierten B-Zellen statt. In der hellen Region erfolgen dagegen die Selektion sowie die Differenzierung der B-Zellen mit den am besten passenden Antikörpern. Zellen, die es nicht durch die Selektion geschafft haben, können durch Apoptose absterben und werden dann von solchen Makrophagen phagozytiert. Weil sie viele kleine Zellfragmente enthalten, werden sie auch Sternenhimmel- oder Kerntrümmermakrophagen genannt. Okay, soviel erstmal zur B-Zone. Schauen wir uns jetzt noch einmal kurz die T-Zone an. Sie sieht ja, verglichen mit den Follikeln der B-Zone, relativ gleichförmig aus. Daher kann es manchmal auch schwierig sein, die T-Zone genau zuzuordnen. Es gibt aber auch ein gemeinsames Erkennungsmerkmal der T-Zone der sekundären lymphatischen Organe. Und das sind die hochendothelialen Venolen. Man erkennt sie anhand der für Gefäße untypisch hohen Endothelzellen mit auffällig hellen, runden Kernen. Zudem findet man viele Lymphozyten sowohl in ihrem Lumen als auch in der Gefäßwand selbst. Und dabei handelt es sich meist um T-Zellen, die auf diesem Wege vom Blut wieder zurück in die sekundären lymphatischen Gewebe wechseln, was man auch als Rezirkulation der Lymphozyten bezeichnet. Sie kommen in allen sekundären lymphatischen Organen außer der Milz vor. Okay, nachdem du nun die grundsätzliche histologische Organisation der sekundären lymphatischen Organe kennengelernt hast, geht es jetzt um die speziellen Merkmale des Lymphknotens. Wir fangen einmal von außen an. Der Lymphknoten zeigt typischerweise eine einseitig konvexe Oberfläche. Die runden Lymphfolikel liegen direkt darunter in der sogenannten Rindenregion des Lymphknotens. Der Lymphknoten ist bindegewebig bekapselt und wird im Präparat oft zusätzlich von weißem, univakuulärem Fettgewebe umgeben. Die Rinde enthält, wie bereits gezeigt, die Lymphfolikel und stellt die B-Zone des Lymphknotens dar. Die homogen-dunkelgefärbten Bereiche weiter innen von den Follikeln sind der Parakortex. Er stellt die T-Zone dar. Als nächstes schauen wir uns das System der Lymphsinus an, das für den Lymphknoten so charakteristisch ist. Unter der relativ breiten Bindegewebskapsel sieht man einen Randsinus. Er enthält Lymphe und Lymphozyten aus zuführenden Lymphgefäßen, den Vasa Aferentia. Ein solches Vasa Aferentia ist hier zu sehen. Es zeigt homogen-rötlich gefärbte Lymphe sowie Lymphozyten im Lumen. Zum Vergleich daneben ein kleineres venöses Blutgefäß, in dem sich stattdessen Erythrozyten finden. Der Randsinus geht hier bereits in einen Intermediärsinus über, welcher abwärts durch die Lymphknotenrinde in Richtung Marksinus verläuft. Die Marksinus bilden ein Labyrinth aus kleinen Gängen. Man erkennt sie in Form schmaler, heller Spalten, in denen die dunklen Lymphozyten oft in kleinen Gruppen liegen. Sie umspülen die Markstränge, die im Querschnitt wie kleine Inseln aus Makrophagen, Lymphozyten und Plasmazellen in den Marksinus liegen. Die Makrophagen können teils körnchenartiges, bräunlich-schwarzes Pigment enthalten, so wie in diesem Fall hier. Das Pigment stellt phagozytiertes Material dar. Dabei kann es sich in lungennahen Lymphknoten beispielsweise um Staubpartikel handeln. Ganz innen kann man im Lymphknoten den fettgewebigen Hylos-Bereich sehen, der Blutgefäße und wenige ableitende Lymphgefäße, die Vasa efferentia, enthält. Okay, das war der Lymphknoten, anhand dessen wir bereits den allgemeinen Aufbau der sekundären lymphatischen Organe sehen konnten. Kommen wir jetzt zur Milz, zu der es bereits eine eigene ausführliche Histotrainer-Folge gibt. Daher an dieser Stelle nur kurz zur Abgrenzung zu den anderen sekundären lymphatischen Organen. In der HE-Übersichtsvergrößerung zeigt die Milz bereits eine auffällige Unterteilung in Eosinophile und zumeist rundliche Basophile-Bereiche. Erstere stellen die etwa 75% des Organs einnehmende rote Pulper dar und letztere die nur ca. 25% große weiße Pulper. Die weiße Pulper ist das lymphatische Gewebe der Milz. In höherer Vergrößerung erkennt man dann das Charakteristikum der Milz. Arterielle Blutgefäße, die mantelartig von lymphatischem Gewebe umgeben sind, der sogenannten peri-arteriellen Lymphscheide, auch PALS genannt. Sie ist die T-Zone. Die B-Zone wird auch in der Milz von Lymphfolikeln gebildet, die dort oft in enger Nachbarschaft zur PALS liegen, so wie hier. Die Milz ist das einzige sekundäre Lymphatischorgan, das keine hochendotelialen Venolen hat. Die braucht sie auch nicht, da es in den stärker rot angefärbten peripollikulären Zonen viele offenendende Arteriolen für die Lymphozytenrezirkulation gibt. Kommen wir nun zum mucoseassoziierten lymphatischen Gewebe. Seine Hauptvertreter sind die Tonsillen sowie das darmassoziierte lymphatische Gewebe mit den Piaplax. Beginnen wir mit der paarigen Tonsilla palatina. Typisch für die Gaumendel ist die einseitig zerklüftete Oberfläche mit tiefen Krypten, die von mehrschichtigem, unverhornten Plattenepithel bedeckt sind. Der hintere, Richtung Rachenwand zeigende Rand ist von einer Bindegewebskapsel umgeben, in der sich oft auch Anschnitte von Skelettmuskulatur finden lassen. Die Lympholikel bilden die B-Zone, die interfolikuläre Zone stellt die T-Zone dar. Diese Zonierung gilt übrigens für alle Tonsillen. Beachte hier auch die auffällig großen Keimzentren der Sekundärfolikel sowie die in Richtung Epithel verbreiteten Lymphozytenmäntel. Das ist beides sehr typisch für die Follikelarchitektur von Tonsillen. Das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel der Tonsille zieht bis in die Krypten hinein. Diese enthalten oft amorphes Material, sogenannten Detritus, bei dem es sich hier um Reste abgeschilferter Epithelzellen und zugrunde gegangene Leukozyten handelt. Das Epithel direkt über den Lympholikeln, das sogenannte Follikel-assoziierte Epithel, ist charakteristischerweise stark durchwandert von Lymphozyten, sodass die Architektur des mehrschichtigen Plattenepithels hier aufgehoben scheint. Die Tonsilla lingualis entspricht in ihrem Aufbau der gerade gesehenen Tonsilla palatina. Sie liegt als unpaarige Mandel am Zungengrund. Die charakteristischen Unterschiede sind zum einen die kürzeren Krypten, die Oberfläche ist also viel weniger zerklüftet, und zum anderen die deutlich häufigeren Anschnitte seromuköser Drüsen sowie von Skelettmuskulatur, die von der Zunge stammt. Die Tonsilla pharyngealis liegt als unpaariges Organ im Rachendach, am Eingang zum Nasopharynx. Sie hat eine relativ glatte Schleimhaut, die lediglich unregelmäßige kleine Einfaltungen zeigt. Die Rachenmandel unterscheidet sich insbesondere durch das respiratorische Epithel an ihrer Oberfläche von den beiden zuvor gezeigten Tonsillen. Dabei handelt es sich um das mehrreihige zylindrische Flimmerepithel der Atemwege. Im Gegensatz zum mehrschichtigen Plattenepithel ist es weniger dick und die Kerne sind hier auch in den oberen Zellen noch rundlich, während sie in den Zellen des Plattenepithels dort stark abgeflacht sind. Die Kennzeichen des respiratorischen Epithels werden auch im Histotrainer zur Lunge und Trachea im Detail gezeigt. Auch das darmassoziierte lymphatische Gewebe, im englischen GELT abgekürzt, ist Teil des lymphatischen Gewebes der Schleimhäute. Als klassisches Beispiel schauen wir uns hierzu ein Querschnitt durch die Appendix Vermiformis in Ladewegfärbung an. Wenn du also mal ein Präparat mit den typischen Vierschichten des Darmtraktes siehst, in denen sich aber zusätzlich auch größere Ansammlungen mehrerer Lympholikel finden lassen, so spricht das für das Vorliegen des Iliums oder der Appendix Vermiformis wie in diesem Fall. Diese Aggregate von Lympholikeln werden im Darm übrigens als Pyaplugs bezeichnet. Hier siehst du das charakteristische einschichtige Zylinderepithel des Darms mit den schleimbildenden, hier dunkelgefährten Becherzellen. Das Epithel bildet in der Appendix die typischen Krypten der Dickdarmmucosa, hier in Form der Einstülpungen zu sehen. Im Ilium dagegen, das ja auch Pyaplugs hat, sind in der Mucosa zusätzlich zu den Krypten auch noch Zotten, also fingerförmige Ausstülpungen zu sehen. Die Pyaplugs liegen in der Lamina propria der Mucosa und grenzen meist direkt an die Submucosa, so wie hier, können aber stellenweise auch in diese hineinreichen. Die Follikel selbst gehören zur B-Zone, die interfollikulären Bereiche zur T-Zone. Das Follikel-assoziierte Epithel wird im Darm auch Dom-Epithel genannt. Dort gehen oft die Eigenschaften des normalen Darm-Epithels verloren. So sieht man dort dann viel weniger Krypten, verglichen mit follikelfreien Abschnitten. Im Dom-Epithel liegen zudem die sogenannten M-Zellen. Sie sind im Routinepräparat nicht abzugrenzen. Es sei aber gesagt, dass sie für die Durchschleusung, also die Transcytose von Antigenen aus dem Darmlumen in die Pyaplugs sorgen. Das M in ihrem Namen steht für Mikroplike. Mikroplike sind besonders kurze apikale Membranfortsätze, die unter anderem die Haftung von Flüssigkeitsfilmen an Zellen verbessern. Okay, nun hast du die Charakteristika der sekundären lymphatischen Organe kennengelernt. Kommen wir nun noch zum primären lymphatischen Organ der T-Zellreifung, dem Thymus. Hier sehen wir das HE-Präparat eines kindlichen, also noch nicht atrophierten Thymus. Beachte, im Gewebe sind keine Follikel sichtbar und somit auch keine B- und T-Zonen. Stattdessen sieht man eine dunklere Rinde und ein helleres Mark. Zudem erkennt man viele große rote Gebilde im Mark, bereits in geringerer Vergrößerung. Das sind die charakteristischen Hassalkörperchen des Thymus, auf die wir gleich noch einmal zurückkommen. Eine Besonderheit des Thymus ist, dass Rinde und Mark in solchen blattartigen Strukturen liegen. Diese sehen zwar wie klassische Läppchen aus, wie man sie von anderen Organen her kennt, sind in Wahrheit aber nur Pseudoläppchen. Das heißt, sie werden nicht vollständig von Bindegewebsepten unterteilt. Vielmehr reichen diese nur bis etwa an die Rindenmarkgrenze. Deshalb sieht man überall auch diese Einkerbungen an der Oberfläche. Wenn ein solches Pseudoläppchen eher quer angeschnitten wird, so wie hier mehrfach zu sehen, dann erscheint das helle Mark isoliert und kann an das Keimzentrum eines sekundären Lympholikels erinnern. Aber wenn du folgende drei Dinge beachtest, wirst du niemals Gefahr laufen, den Thymus mit einem sekundären lymphatischen Organ zu verwechseln. Erstens findest du im umliegenden Gewebe meist auch eher längs angeschnittene Bereiche, in denen man sieht, dass das Mark in Wahrheit ein kontinuierlicher Streifen ist. Zweitens weisen die bereits genannten zahlreichen Hassalkörperchen auf Thymusgewebe hin. Und drittens sehen die quer angeschnittenen Pseudoläppchen eher polygonal oder rechteckig aus, während ein Lympholikel eher rund bis oval erscheint. Schauen wir uns die Markrindengrenze auch nochmal in höherer Vergrößerung an. Hier siehst du am linken oberen Rand Teile der Rinde und darunter liegt das etwas hellere Mark. Die Rinde enthält hauptsächlich Thymozyten mit kleinen chromatindichten basophilen Kernen, weswegen die Rinde auch so dunkel erscheint. Die Thymozyten sind Vorstufen der Thelymphozyten, die im Thymus ausreifen. Die Reifung ist morphologisch nicht sichtbar. Es sei aber gesagt, die Schritte erfolgen während der Wanderung der Zellen von der äußeren Rinde zum Mark. Und zusammengefasst erfolgt im Thymus die Proliferation, Selektion und Reifung von Thymozyten zu immunkompetenten, selbsttoleranten, aber noch naiven T-Lymphozyten. Diese verlassen dann das Mark über Venolen in Richtung der sekundären lymphatischen Organe. Das Mark erscheint dagegen etwas heller, weil dort die Dichte der Thymozyten geringer ist. Dafür finden sich hier häufiger Thymus-Epithelzellen. Man erkennt diese an den großen, hellen und eher ovalen Zellkernen. Sie bilden mit ihren Fortsätzen ein Netzwerk aus, in welchem die Thymozyten das optimale Mikromilieu für die Reifung vorfinden. Die Fortsätze sind aber nur mit Spezialfärbungen darstellbar. Weiterhin findet man im Mark die kräftig rot gefärbten lamellenartigen Hassalkörperchen in verschiedenen Größen und Stadien, da sie mit dem Alter wachsen. Ihre Funktion ist übrigens noch nicht ganz geklärt. Man weiß lediglich, dass es sich um Ansammlungen von teils degenerierten Thymos-Epithelzellen handelt. So, jetzt schauen wir uns zum Vergleich noch den adulten Thymos an. Er baut sich ab Ende der Pubertät durch kontinuierliche Altersinvolution zum Thymos-Restkörper um. Dieser bleibt aber bis ins hohe Lebensalter für die Reifung von Telomphozyten erhalten. Als Zeichen der Altersinvolution wird vor allem die Rinde atroph. Sie ist dann nur noch als schmaler, dunkler Bereich außerhalb des Marks zu sehen. An ihre Stelle tritt nun reichlich weißes Fettgewebe. Das Mark wird von der Involution weniger stark betroffen und bleibt als kontinuierlicher Gewebestreifen erhalten. Die Hassalkörperchen können im adulten Thymos sehr groß sein, sodass man sie bereits in der Übersichtsvergrößerung gut erkennen kann. Zusammenfassend hilft ein Frageschema bei der Organdiagnose der lymphatischen Gewebe. Als erstes solltest du sicher gehen, dass das Gewebe zu großen Teilen aus Lymphozyten besteht, also aus den charakteristischen kleinen Zellen mit runden, chromatindichten Kernen. Als nächstes solltest du immer prüfen, ob Lymphfolikel im Präparat vorhanden sind. Falls nämlich nicht, landest du schnell beim Thymos und musst nur noch prüfen, ob die Rinde bereits atrophiert und fettgewebig ersetzt wurde. Falls ja, liegt ein adulter Thymos vor. Falls nein, handelt es sich um ein kindliches Thymosgewebe. Gibt es aber tatsächlich Lymphfolikel im Präparat, weißt du, dass es sich um ein sekundäres Organ handeln muss. Als nächstes solltest du schauen, ob die Follikel von Epithelien bedeckt werden, sprich, ob es ein Follikel-assoziiertes Epithel gibt. Falls nein, verringert sich die Auswahl nur noch auf Milz- oder Lymphknoten. Schaue anschließend, ob das Organ in eine rote und weiße Pulpa unterteilt ist und ob das lymphatische Gewebe sich hüllenartig um Blutgefäße legt. Das wäre dann eine periaterielle Lymphscheide. Beides deutet auf die Milz hin. Fehlen diese Charakteristika im Präparat, kann es nur ein Lymphknoten sein. Sollte es aber tatsächlich Follikel-assoziiertes Epithel im Präparat geben, dann weißt du bereits, dass mucose-assoziiertes lymphatisches Gewebe vorliegt. Als nächstes solltest du dann nach Darmbandschichten Ausschau halten. Wenn du also tatsächlich eine Submucosa, Muscularis und Serosa siehst, spricht das für darmassoziiertes lymphatisches Gewebe. Hier musst du nur noch prüfen, ob nicht nur Krypten, sondern auch Zotten in der Mucosa vorkommen. Falls beides vorkommt, liegt das Ilium vor. Gibt es aber keine Zotten, sondern nur Krypten, handelt es sich um die Appendix vermiformis. Wenn du keine Spuren von Darmgewebe siehst, grenzt sich die Auswahl auf die Tonsillen ein. Überlege als nächstes, ob du ein mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel siehst. Wenn nicht, handelt es sich um die Tonsilla pharyngealis, die ja ein respiratorisches Flimmerepithel besitzt. Ist aber ein Plattenepithel zu sehen, musst du nur noch schauen, ob das Präparat durch tiefe Krypten stark zerklüftet ist. Falls ja, spricht das für die Tonsilla palatina. Falls nein, muss es sich um die Tonsilla lingualis handeln. So, das war die Histologie von den sekundären lymphatischen Organen und dem Thymus. Wir hoffen, du kannst mit ein bisschen Übung auch beim selbstständigen Mikroskopieren alle gezeigten Strukturen wiedererkennen und benennen. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst, deine Amboss-Redaktion. Wenn du selber das Mikroskopieren dieses Organs oder vieler weiterer Organe wiederholen und üben möchtest, kannst du dir in unserem Shop das Smart Zoom-Paket von unserem Kooperationspartner für die virtuelle Mikroskopie dazu buchen. Damit lassen sich histologische Präparate mit dem Computer oder Tablet auch von zu Hause aus ganz einfach selber mikroskopieren. Viel Erfolg! Vielen Dank!